Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Card Review News. Heute gibt es ein Update zu Volkswagen. Es geht um die Gewinnwarnung. Außerdem blicken wir auf Mercedes. Da gibt es große, große Rabatte. Wir schauen uns das Thema mal ganz genau an. Wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da. Wir würden uns sehr darüber freuen, denn wir wollen noch die 10.000 Abos in diesem Jahr schaffen. Und dazu brauchen wir deine Unterstützung. Auch vielen, vielen Dank an all die neuen Abonnenten in den letzten Wochen. Starten wir also gleich mal rein mit dem Thema Volkswagen, denn wir haben hier eine Aktualisierung. Man möchte ja eigentlich zwischen 7,5 bis 8,5 Prozent an Marge, an operativer Marge erzielen und das gleichzeitig mit einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent. Das sind die Ziele. Jetzt hat man entsprechend, ja, das korrigiert. Als Grund nannte der Vorstand nicht mehr aufzuholende Effekte in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Man muss einfach festhalten, Volkswagen verdient natürlich immer noch sehr, sehr viel Geld. Das ist einfach, was man festhalten muss. Aber wir wissen auch, das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Zum Beispiel in Norwegen wird jetzt ab nächstem Jahr gar kein Verbrenner mehr verkauft. Und da haben wir das erste Mal eine Situation, in der zum Beispiel Volkswagen oder auch andere Unternehmen wahrscheinlich sehr zeitnah nur noch Elektroautos verkaufen werden. Außerdem beschäftigt man sich zurzeit auch unter anderem mit Themen wie der Staatsanwaltschaft, weil es zum Beispiel um die Gehälter der hauptamtlich arbeitenden Betriebsräte geht. Also viele Nebenschauplätze, dann das Thema Norwegen und eben halt eine Korrektur der Ziele und eine leichte Gewinnwarnung. Außerdem ist ja noch nicht mehr sicher, ob man die Stückzahl, an der man weiter festhält, überhaupt schafft. Also es bleibt sehr, sehr spannend, was wir hier noch von Volkswagen in den nächsten Wochen hören werden. Vor allem, weil jetzt das vierte Quartal ja nun schon begonnen hat und es eigentlich nur noch fast zehn Wochen in diesem Jahr gibt. Also so viel Zeit gibt es gar nicht mehr, die Ziele noch zu ändern oder dann entsprechend zu bestätigen, wenn das Jahr vorbei ist. Aber dementsprechend schauen wir auch mal zu Mercedes. Wir hatten über Mercedes in den letzten Wochen mehrmals gesprochen. Einerseits war es ja das Thema Premium, dass man doch noch erfolgreich unterwegs war. Außerdem doch die sehr erfolgreichen Zahlen, die man liefern konnte. Und jetzt geht es natürlich auch um die Frage, ist das wirklich überall bei allen Modellen so? Und jetzt scheint es ein bisschen Risse zu geben in diesem Premium-Segment, denn auch da scheint die Nachfrage nicht mehr so hoch zu sein, wie sie mal in der Vergangenheit war oder wie man sie vielleicht nach außen hin dargestellt hat. Und da gibt es nämlich jetzt vom Business Insider einen Bericht. Die haben nämlich intern eine Liste bekommen, und es geht hier grundsätzlich darum, dass man trotz des doch sehr selbstbewussten Markenclaims, das Beste oder Nichts wirbt, ja doch irgendwie Rabatte geben muss. Und da geht es um bis zu 30 Prozent auf den Listenpreis. Also das ist ja absoluter Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. 30 Prozent ist eine Menge. Und das könnte jetzt der Anfang sein, der Preisschlacht, die wir in allen Bereichen bis zum Ende des Jahres sehen werden. Nicht nur im Premium-Segment. Und wenn jetzt zum Beispiel Mercedes mit 30 Prozent kommt, dann ist natürlich eine große Wahrscheinlichkeit da, dass vielleicht auch noch BMW reagiert, wenn sie es für nötig halten. Und wenn dann hier noch zu viele Autos nicht verkauft sind. Also 30 Prozent, das ist das Höchste. Man hat hier entsprechend eine interne Liste bekommen, laut Business Insider. Und das betrifft vor allem auch die GLC-Baureihe, die ja nun wirklich sehr, sehr beliebt ist. Schauen wir uns hier auch noch mal eine Übersicht an. Es geht also auch zum Beispiel nicht nur um rein elektrische Fahrzeuge. Wir haben hier zum Beispiel auch die A-Klasse Facelift 17 Prozent, der C Coupé 24 Prozent. Das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass die Fahrzeuge jetzt so spottbillig sind, dass jetzt jemand sagt, jetzt kaufe ich mir sofort ein. Aber die Nachfrage und die Preiserhöhungen im Allgemeinen rund um die Marke Mercedes haben wohl ihre Wirkung nicht verfehlt. Und jetzt muss man eben halt wieder runterkommen. Das bedeutet nicht, dass Mercedes hier jetzt kein Geld mehr mit den Fahrzeugen verdient. Das sollte man auf jeden Fall außen vor lassen. Es ist aber sicherlich so, dass dieser Ehrgeiz und der Optimismus der immer höheren Marge dann vielleicht auch hier bei einer Marke wie Mercedes, die bis dato ja davon verschont geblieben ist. Das ist ja genau das, worüber wir berichtet haben. Das Mercedes ist ja eigentlich trotz aller Widrigkeiten irgendwie geschafft hat, zu wachsen, trotz der hohen Preise, dass man da jetzt wirklich dann auch merkt, dass der Markt gesättigt ist oder eine Kaufzurückhaltung da ist. Mercedes, noch mal zur Erinnerung, hat sich ja hochgearbeitet. Man ist jetzt mit 175.000 Fahrzeugen von Januar, September 2023 doch ganz gut unterwegs in diesem Jahr. Hinter BMW mit 247.000 und davor kommen ja dann die Gruppen wie zum Beispiel Stellantis. Dann kommt GAC, dann haben wir Hyundai, Saig, Volkswagen, wie ich ja bereits sagte, Volkswagen und Saig hier so als zweite Gruppe hinter BYD und Tesla. Ja, da kommt nämlich gleich auf das Thema Volkswagen und Tesla nochmal. BYD hat ja noch nicht den großen Markt und noch nicht die großen Verkaufszahlen hier in Europa. Dementsprechend werden wir hier noch nicht so viele Effekte möglicher Preissenkungen sehen. Aber der allgemeine Markt ist zurzeit nicht einfach und das kann natürlich dann auch noch Tesla betreffen. Das kann dann auch noch Volkswagen betreffen, wenn es darum geht, für verschiedenste Unternehmen unter verschiedensten Bedingungen ihre Ziele zu erreichen. Für manche wird es vielleicht einfach nur so sein, dass man versucht, die Autos alle zu verkaufen, die man produziert hat. Für Tesla könnte es auch sein, dass man hier einfach unter Druck ist, entsprechend dann alle Fahrzeuge, die man in Grünheide produziert hat, zu verkaufen, weil man ist ja nicht gerade ein Freund davon, wie jedes andere Unternehmen auch nicht, entsprechend diese Fahrzeuge irgendwo stehen zu haben. Also das wird noch ein heißer, heißer Tanz werden Richtung Ende des Jahres. Ich erwarte persönlich aus meiner Erfahrung mit Tesla, aber auch mit anderen Marken, sicherlich noch einige Rabatte. Wie sehr jetzt zum Beispiel eine Marke wie Volkswagen da mitgehen wird, wie sehr wir hier von manchen Autobauern überhaupt Rabatte sehen. Das hängt natürlich auch von der internen Statistik ab, wie viel Nachfrage man noch neu reinbekommt zurzeit und auch wie viele Rückstände man noch hat in Bezug auf die Bestellungen, die schon noch ein bisschen länger in den Büchern stehen. Und das war ja das, was man entsprechend bei Volkswagen auch thematisiert hatte, dass diese Bücher immer leerer werden. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man sie wieder füllen mit neuen Bestellungen? Und das wird natürlich jetzt Richtung Ende des Jahres sehr, sehr interessant werden. Mit dem neuen Tesla Model 3 wird man sicherlich eine gewisse Nachfrage von Tesla Seite auch kreiert haben. Das Performance ist zum Beispiel noch gar nicht zu haben. Die Long Range Variante, wie gesagt, ist auch mit der doch sehr, sehr guten Reichweite von über 600 Kilometer in der WLTP-Messung ein sehr, sehr gutes Angebot. Und trotzdem wird man natürlich hier abwarten, was Tesla macht. Denn Tesla ist bekannt dafür, die Preise auch mit Aktionen zu senken. Und somit beginnt es vielleicht dieses Jahr mit Mercedes. Und es werden noch andere Autounternehmen folgen, die dann entsprechend versuchen, genügend Kunden zu finden, die ihre Auto kaufen. Also lass mich gerne mal wissen, was du zu dem Thema denkst. Was ist deine Meinung zu der aktuellen Preissituation? Und wie siehst du, wie der Kunde jetzt noch überzeugt werden kann, ein Elektroauto oder auch allgemein Verbrenner? Das betrifft ja in diesem Fall auch Mercedes. Es sind ja nicht nur die Elektroautos, die da reduziert werden, wie die Marken es schaffen können, hier die Kunden zu überzeugen. Es bleibt also spannend. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und hoffe natürlich, dass dir dieses Video mal wieder gefallen hat. Freue mich auf ein Abo. Und sonst vielen Dank für deine Unterstützung in der vergangenen Woche und der Zeit davor. Bis dann und Tschüss.